So meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Youtubers Live hier auf meinem Musikkanal. Wir gehen mal eine Runde, äh, arbeiten jetzt zur Zeitung was sagen für 35 Dollar. Dann soll sich ein bisschen scharf legen, was essen und dann später wieder ein Musikvideo zu machen. Oh, da kommt das Geld reingeflogen. Neues Musikvideo. Obwohl, wir brechen das mal alles hier ab, da können sie gleich miteinander reden. Jo, dankeschön. Das Konzert, jetzt kommt das Konzert dazu, das kann ich mal zeigen. Ja, brauche ich eine Akustik-Gitarre. Und das, wenn ich dieses Mal nicht vermasseln. Ich werde mir jetzt gleich eine, äh, Gitarre holen. Instrumente. Da haben wir hier Gitarren, Akustik, Ukulele, dann haben wir den Bass, dann haben wir das Schlagzeug als, äh, Dimby, Dimgy, keine Ahnung, Keyboard haben wir hier. Grooveboxen, soll bestimmt dann Roland eigentlich, äh, keine Ahnung, mit der Monika und ein Streich. Wir brauchen aber die zuerst, kaufen wir uns, kein Problem, ist auch nicht teuer. 32 Dollar haben wir noch. Und damit können wir uns nichts leisten. Jetzt gehen wir schlafen, dann gehen wir essen und dann gehen wir ein Musikvideo aufnehmen und zwar das Pop. Da könnte auch die Gitarre dazu passen. Deswegen warten wir ab, bis die Gitarre mal kommt. Da ist sie. Nice Musikvideo, Pop. Pop Cover. Ah, kommt zurück. Äh, Pop und die Akustik-Gitarre. Das geht's. Ja, äh, V-Produktion. Ich habe da nicht viele Themen, worüber ich reden kann. Ich würde bloß, ich kann jetzt bloß ansprechen, im Echten, dem würde ich, äh, nicht Richtung Musik unbedingt gehen wollen. Musik ist doch schon, ähm, was, was recht, äh, hartes. Ein hartes Label, so wie, äh, Muse. Da ist Let's Play ist eigentlich mit das Sippelste, würde ich jetzt von mir auch sagen. Aus dem folgenden Grund, äh, das, äh, boah, wie sage ich das jetzt, äh, man nur aufnehmen. Man muss sich nicht erkunden über irgendwas. Man, äh, äh, wartet. Ah, okay. Äh, man, man, man nimmt nur auf. Man braucht die Spiele, man braucht die Geduld, man braucht die schnelle Künste, alles mögliche, ja, okay. Aber, ähm, äh, äh, wie soll ich das sagen? Jetzt am Ende hinausgesehen ist es doch so, dass, äh, die News-Sachen muss man sich erkunden. Musik-Sachen genau das gleiche. Und, da führt ja auch kein Weg, äh, dran vorbei. Hier kann ich jetzt sagen, gut, ich informiere mich nicht, mich nicht über das andere Spiel. So, wir werden die mal kurz das Ticket kaufen, wenn es schon kostenlos ist. Wenn man noch mal mit der jetzt schicken, komm, na, der hat wohl anscheinend Lust. Tanzbegrüßung. Ihr wisst, was ich meine. Ich möchte jetzt nicht die letzten Player, zum Beispiel, kommen würde so was jetzt, äh, sagen, ey, du machst du den Scheiß, träg ich, ich genauso. Äh, schau die Musiker oder so was an. Es kommt immer drauf an, wie man es macht, die, äh, wenn ich mir jetzt, äh, den Vergleich ziehe, Clavinova, der, ähm, achso, jetzt könnte man shiten. Der jetzt eben, ähm, oh, wir können uns zu unpersönlich. So. Äh, flotten. Einen Schenk geben. Oh. Okay, lass uns mal was anderes reden. Das wird wohl nicht gut ankommen. War mir klar. Ja, über was soll ich denn reden? Ich kann... Toll. Die macht, die macht Musik. Über Musik reden. Dann bringt das über Musik reden was. Ich kann auch Ruhr reden. Mal gucken, dass was bringt. Stehe auf, meiner mit Masken. Das hört sich halt männlich an. Das macht mir Angst. So. Ja, ich jetzt so. Ähm. Über Kurse reden? Sagen wir mal, lieber auf Wiedersehen, oder? So, jetzt haben wir hier ein festes Geschenk. Jetzt können wir wieder was aufnehmen. Danach gehen wir wieder arbeiten, zur Schule. So. Kava. Schon das dritte Video, was wir machen. Mit dem Mikrofon diesmal. Und los geht's. Fortsetzen. Ich hasse es krank zu sein. Oh, das ist richtig? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Eigentlich ist es doch, das ist richtig, ja. Oh, das ist müde. Leg dich dann noch schlafen. Sogar recht schlicht, das Video. Komm zusammen schneiden. Ich werde es trotzdem hochladen. Auch wenn wenig Interesse und alles ist, aber Hey, nicht so money, money, money. So, essen. Arbeiten. Oma helfen. Lernen gehen. Oh mein Gott. Ist das schwer, ich jetzt leben. Okay, das hätte ich jetzt annehmen müssen. Ich bin ja auch nicht lange unterwegs, also. Ich glaube, das Video, ja das Video sollte nach dem Lernen doch schon fertig sein. Das nähe da schon ein paar Stunden rum. 1900. Es ist ein schweres Leben. Aber ich finde es wirklich jetzt so viel, viel schwieriger, als wo ich das alleine gemacht habe. Oh, das sah jetzt recht gut aus für die Prüfung. Am 31. Habe ich ja noch 10 Tage. So. Noch ein Lied kaufen. Ne, werden wir dann nochmal einkaufen gehen. Nicht wahr? Und nach dem Einkaufen nochmal ein neues Musikvideo machen. Ja, obwohl dann mit dem neuen Lied nochmal arbeiten. Boah, Zeitung ausdrang. Äh. Ich war da vor kurzem Lernen, Mutti. Halt, ne, nicht Instrumente. Sondern Radio. Ach so, ist das gemeint. Ah. Das wir mal jetzt kaufen. Das sieht recht gut aus hier vor der Bewertung alles. So, dann gehen wir nochmal Zeitung ausdrangen. Dann das neue Video machen. Dann gehen wir schlafen. Essen. Öffnen. Lernen. Musikvideo. Rock. Da passt am besten nur die Dings. Also, Gitarre würde ich bei Rock nicht nehmen. Obwohl ich das vielleicht hier dazwischen schneiden würde, weil man hat ja dann die Punkte. Wisst ihr, was ich meine? So. Idee hat neue Sachen. Oh mein Gott. So, kaufe ein Lied. 13 Punkte. Und mit 13 Punkte können wir jetzt abgehen. Danach gehen wir Lernen. Danach Arbeiten. So. Jetzt ist es auch ein guter Grund, dass ich noch nicht vorhin das Video aufgenommen habe, weil sonst hätte ich jetzt ein Problem und könnte das nicht aufnehmen. Wir machen das mal kurz. Neues Musikvideo. Punk. PC. Einkaufen. Und Dekorationslagen. Brauche ich aber nichts. Sondern ich will das Musikvideo haben. Cover. Punk. Gitarre. Äh, Mikrofon. So. Hier muss man jetzt wie gesagt auch aufpassen, dass man das Richtige nimmt, weil mit Gitarre würde das dann nicht annehmen. Dann muss man warten, bis es vorbei ist. Dann muss man warten, bis es vorbei ist. Alter, diese Musik. Nein Mutti? Oh gut. Und wie habe ich jedes Mal Angst, wenn Mutter reinkommt, dass da irgendwas ist. So. Besser geht es ja nicht. wenn dann los geht es sehr hohe interesse sind geld von der wie viel ist das 27 krieg von der über das geht jetzt gehen wir lernen dann nach dem arbeiten für schuh putzen dann schlafen gehen dann essen so lange wir essen können hier ist aber auch alles rein und wie es geht so ich muss dann eben dran denken dass bald die die prüfungszeit ist und irgendwann mal jetzt sie mal jetzt auch ich glaube bei 10.000 auslösen dabei mit dem ami alles zielen ist aber auch kein problem hier ich frage mich wie lange manche denken oder wie lange manche hier brauchen bei mama noch zu bleiben ist es natürlich geil mit die zu bleiben weil das kostet ja alles nichts erst mal gelernt so dann wenn man noch mal mit mit dann werden wir mit ihr noch ein bisschen checken oder nur mit ihr so wir müssen ja das nach nach machen natürlich ist nun genau das passt so dann bilden die chatten noch wählen mit allen so ein bisschen netze weil sonst hauen ja ab wenn wir nur ein bisschen chatten das klappt ja auch ja gut ich komme ins kino ich habe jetzt nicht akzeptieren gedrückt ok gut dann gehen wir nicht ist auch kein problem so was haben wir dass das war das war jetzt neue ok mikrofon das sieht vielleicht Uh, nice. Du triffst hier die Note. Perfekt. Das ist natürlich dein Freudenstrei. Ja. Die Musik hat sich echt komisch an. Das hat sich richtig, richtig komisch an. So, und wenn man die beiden keinen Titel wählen, ich weiß nicht, ob das gut ist, so schlecht. Oh, ja. Das ist schon richtig geil. Oh, bekomme ich vielleicht ein Geschenk, ne? Dann lernen wir vielleicht doch zweimal hintereinander. Musik in Droh. Droh, 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 droh. Oh, man sehe und staune, es gibt nur zwei Mikrofone zur Auswahl. Großes Keyboard. Grooveboxen. Okay, recht interessant. Das hätt ich jetzt auch nicht gedacht. Kleines Level 2 Studenten-WG Zwei-Zimmer-Loft. Freischaltung bei Villa. Luxus-Apartment. Villa. Ja, dann hast du es wirklich geschafft. Oh, hier gibt es auch einen Haufen. Hier gibt es auch einen Haufen. So, okay, mach mal lernen. Geh mal einmal lernen, nochmal. Einmal was essen, schlafen, so. Da müsste eigentlich das Video fertig sein. Was anderes, ich kenne dir noch anders Geld verdienen, also durchs Arbeiten. Aber ich will die Prüfung jetzt mit einer Eins schaffen. Ach so. Kommentar hier schnell durchlesen. Bop, 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 bop. Kein richtiger YouTuber. Bop, 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 bop. Bop, bop, bop. Bop, 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 bop. 2k. 2k. Das sind ja fast gar keine Punkte mehr. Das ist das letzte Mal. Ach nee, das ist jetzt Essen. Geh mal einmal lernen noch. Und dann... Mit der Kostik-Gitarre, das mache ich für 48 Teuer. Eins plus. Eins plus. Nice. Okay, das können wir auch hin und her gehen. So, was ist das? Das ist Metal. Das wurde mir zum Beispiel gleich am Anfang geschickt, diese Aufgabe. Ach, mit der Gitarre soll ich das machen. Auch wenn Metal und Gitarre ein bisschen komisch ist, aber... Ich sag's schon nicht. Vor allem falsche Singen. Yo, nice. Nice. Dann kommt das letzte auch noch. Was ist denn los? So, das ist es auch jetzt das letzte Video. Und da würde ich sagen, wenn ich da ganz gut gefallen habe, gibt mir einen Daumen nach unten. Dann schreibt mir in die Kommentare, ob ihr für den ganzen mehr sehen wollt oder auch nicht. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt. Hey, willkommen hier bei irgendwann Main of the World. Hey. Macht das eigentlich einen Unterschied? Gut. Dann. Tschau, tschau.